Herzlich Willkommen zum diesjährigen BankingCheck Award. Bereits zum zweiten Mal wird der BankingCheck Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der BankingCheck Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Wir kommen zu unserem nächsten Bereich und zwar dem Depotkonto. Das beste Depotkonto 2013 geht an die Deutsche Bank Max Blue. Herr Stapelfeld, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Preis wie immer von rechts. Vielleicht auch hier nochmal ein Kundenkommentar, der dann zum Beispiel sagt, Ich bin seit vielen Jahren Kunde bei Max Blue und sehr zufrieden. Service, Erreichbarkeit und insbesondere der Preis und der gute Überblick im Online-Banking finden wir hervorragend. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim BankingCheck Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten BankingCheck Award in 2014.